Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es in Part 2 der recht neuen Reihe hier auf meinem Kanal. Was gibt es Neues in der Drogerie? Es hat euch beim letzten Mal wirklich so unglaublich gut gefallen, dass ich euch einfach ganz entspannt hier einblende, welche Produktneuheiten es gibt. Ihr mir in die Kommentare schreiben könnt, welche Produkte ich davon kaufen soll, um sie dann mit euch in einem Live-Test-Video hier auf meinem Kanal testen zu können. Ich habe die Inspiration von Luise, vom Kanal LuBella. Ich verlinke euch ihren Kanal auch einmal unten in der Infobox, dass es dazu keinen Verwechslungen kommt, aber ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönes Start in die Woche gehabt. Ich bin ganz happy. Ich habe nämlich gerade ein Almost Full Face Maxim Giacomo im Gesicht und es ist gar nicht mehr so lange, bis ihr wisst, was Krasses passiert. Damit rechnet niemand. Ich sage es euch, damit rechnet niemand. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Es sind noch ein paar Tage, ein paar Nächte, die wir schlafen müssen, bevor ich euch alles erzählen darf. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit. Hüpfen auf die DM-Webseite und legen los. Ich rutsche wieder hier ein Stückchen zur Seite, dass ihr hier die Produkte einmal eingeblendet sehen könnt. Und es gibt wieder viele, viele Produkte in der Drogerie. Einige Produkte habe ich auch schon gezeigt, beispielsweise die Maybelline-Produkte oder das Catrice-Update. Da sind die ersten Produkte auf jeden Fall auf der DM-Webseite schon erhältlich. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal und überspringen so ein bisschen die Catrice-Neuheiten, denn da gibt es wirklich unendlich viele. Falls ihr die Videos zu dem Catrice-Update, beziehungsweise die drei Videos zu dem Catrice-Update nicht gesehen habt, ich verlinke sie euch einmal unten in der Infobox. Da könnt ihr euch alle drei Teile gerne einmal anschauen. Wirklich so spannende Produkte mit dabei. Super Dupes, gute Neuheiten, die wirklich Spaß machen, sie zu benutzen. Und jetzt sind sie auch online alle erhältlich. Und sie sollten in den nächsten Wochen, denke ich, auch in die Drogerie einziehen. Und hier ist auch schon das Erste. Und zwar hat Art Deco einige Produkte neu gelistet. Und zwar ist das hier ein Eyeshadow, ein Puderlidschatten. Das sind diese kleinen Patronen für die Eye-Designer. Die sehen ganz spannend aus. Die kann man, glaube ich, auf die Applikatoren, die es auch extra gibt, aufstecken. Und die gibt es in verschiedenen Farben. Ich mag die sehr, sehr gerne. Das Einzige, was ich daran nicht so gerne mag, ist, dass es nicht so einfach, sie zu benutzen. Also ich sehe hier viele verschiedene Farben, die es gibt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun verschiedene. Alle recht kühl und alle recht gedeckt. Also perfekt jetzt auch für die kommende Jahreszeit. So ein bisschen kühler darf es wieder werden. Ein bisschen gedeckter die Farben. Sie sehen sehr, sehr schön aus. Art Deco ist eine Marke, die wirklich einiges kann. Und meiner Meinung nach auch noch so ein bisschen unterschätzt ist, weil es wirklich Pro-Make-up ist. Also für Profis. Aber zu einem guten Preis. Und so ein Luxus-Make-up-Segment in der Drogerie mit reinbringt. Viele spannende Farben auf jeden Fall mit dabei. Ist jetzt aber nichts, wo ich sage, das möchte ich unbedingt kaufen. Dann haben wir hier die Lippenstifte aus der Green Edition von Maybelline. Auch die gibt es in acht verschiedenen Farben. Ich hatte mich ja auch für eine entschieden. Und ich muss sagen, auf den Lippen haben sie mir dann im Alltag jetzt nicht mehr so gut gefallen. Aber ich muss sagen, auf den Wangen. Wunder, wunderschön. Weil sie so eine glossy Base haben. Und dadurch einfach wie... Es ist schwierig, sie ein bisschen zu vergleichen. Denn sie sehen sehr, sehr frisch auf der Haut aus. Und als Blush funktionieren die halt perfekt. Das Einzige, was mich und euch da vor allen Dingen auch so ein bisschen gestört hat, waren die Duftstoffe. Und viele von euch hatten das auch in dem Video kritisiert, dass das so ein bisschen einen Hauch an Greenwashing hatte. Dass die Firma oder Maybelline es jetzt halt nur macht, damit sie irgendwie was machen. Und dann aber Duftstoffe mit rein. Das hat für mich irgendwie nicht so viel Sinn ergeben. Es war für mich persönlich ein Schuss in den Ofen. Aber qualitativ war es wirklich gar nicht schlecht. Dann wird mir hier angezeigt, die L'Oreal Perfect Match als neu. Vermutlich sind einfach neue Farben mit dazugekommen. Ich kann das jetzt hier leider nicht so gut erkennen, was davon neu ist. Höchstwahrscheinlich sind einfach neue Farben dazugekommen. Wo ich sagen muss, finde ich auch wirklich gut, dass die Firmen das immer so ein bisschen updaten. Und einfach neue Farben mit in die Sortimente mit reinbringen. Perfekt Match oder ist sie neu formuliert worden? Neu, verbessertes Hautbild nach nur zwei Wochen. Ah, okay, fantastisch. Also die Perfect Match Foundation ist komplett erneuert worden. Das könnte etwas sein, was wir vielleicht mal ausprobieren, dass wir die alte versus die neue Foundation testen. Also falls euch das interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann besorge ich die mal. Online sind wirklich 30 Farben verfügbar und sehen auch wirklich alle recht gut aus. Schade, dass es nicht... Wobei, nein, das kann ich so nicht sagen. Es gibt mittlerweile eine recht große... Je nachdem, wie groß die Theke ist, eine große Vielzahl an verschiedenen Farben. Auch in der Drogerie. Adego hat wirklich viele, viele Neuheiten rausgebracht. Neue Lippenstifte in schönen Farben. 20 verschiedene Farben. 20, ja, tatsächlich 20 neue Farben. Das Packaging gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Es gibt hier schöne rosige Töne. Auch einen schönen Orangeton. Den finde ich persönlich super, super cool. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennen könnt. Ich blende ihn euch hier einmal ein. Sehr, sehr schön. Preislich sind die auch in Ordnung. 12,95 Euro finde ich es für einen Lippenstift aus der Drogerie in Ordnung im Vergleich zu L'Oreal. Dann gibt es neue Lashes von Eilure und neue Fingernägel von Elegant Touch. Die Elegant Touch Fingernägel habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Die Eilure Lashes sind aber wirklich sehr, sehr gut. Und bevor wir weitermachen mit den Drogerie-Neuheiten, freue ich mich, dass dieses Video in Zusammenarbeit mit E.J. Poder entsteht. Ich zeige euch mal ein paar Favoriten und es gibt wieder eine Menge zu sparen für euch. Und ich bekomme ja unglaublich viele liebe Kommentare von euch, was ich für meine Haut mache. Und ich will euch mal zwei Produkte zeigen, die meiner Meinung nach das meiste tun, gerade bei dem Wetter jetzt. Wenn die Haut wirklich von der Sonne überreizt ist, wenn sie so ein bisschen ausgetrocknet ist. Und ihr könnt es sehen, ich habe nichts im Gesicht. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dass ihr die Hauttextur auch sehen könnt. Und das sind diese zwei Schätzchen von Jepoda. Mit meinem Code könnt ihr 30% aufs komplette Sortiment sparen, falls ihr Jepoda noch nicht kennt. Bei Jepoda ist es so, dass ihr auf den Verpackungen immer so kleine Step-by-Step-Anleitungen habt. Hier steht beispielsweise Step 4. Das heißt, ihr habt eure komplette koreanische Skincare-Linie, die made in Korea ist und komplett vegan ist. Und ihr wisst also immer, welche Produkte ihr in welcher Reihenfolge benutzen sollt. Und das ist elementar wichtig für eine sinnvolle Skincare-Ei. Denn wenn ihr verschiedene Produkte in der falschen Reihenfolge auf eure Haut bringt, können beispielsweise die Feuchtigkeit nicht in die Haut penetrieren. Oder das Öl verschließt die Haut. Es ist sehr, sehr wichtig, in welcher Reihenfolge die Produkte sind. Und ich starte mit dem The Mist-Have. Und ihr könnt es sehen, das ist fast leer. Ein Hyaluronsäurespray mit Lavendel. Und das versorgt die Haut so gut mit Feuchtigkeit. Der Sprühnebel ist fantastisch. Es legt sich richtig schön auf die Haut. Und ich zeige euch das Ganze mal von nahem. Schaut euch mal meine Haut einmal an, wie schön Feuchtigkeit versorgt die Haut jetzt schon ist. Übrigens ist das ein sehr, sehr gutes Fixing-Spray. Das machen viele Make-Up-Artists im Moment total gerne, ein Spray zu benutzen, nachdem ihr euer Make-Up gemacht habt mit Hyaluronsäure. Das gibt der Haut und dem Make-Up nochmal ein sehr realistisches Finish. Also wenn ihr wirklich auf dieses meine Haut, aber schöner Finish steht, obwohl ihr gerne Make-Up tragt, ist das Mist-Have perfekt. Und es fliegt gleichzeitig noch. Als Primer-Ersatz habe ich hier den The Repair Hero. Der ist probiotisch mit Niacinamiden. Und der versorgt auch die Haut mit Feuchtigkeit. Das ist ein durchsichtiges Serum. Richtig schön dickflüssig. Schaut euch das mal an, wie schön das auf der Haut aussieht. Und die Haut wird noch mehr mit Feuchtigkeit versorgt. Ihr könnt das auch einzeln, wie gesagt, als Primer benutzen. Dann wird das so ganz leicht sticky, nicht unangenehm klebrig, aber so, dass das Make-Up richtig, richtig gut hält. Und ihr braucht keinen Primer und spart euch damit auch nochmal ein weiteres Make-Up-Produkt. Und die Haut sieht noch natürlicher aus. Falls ihr Jepoda mal ausprobieren wollt, schaut unbedingt in der Infobox vorbei. Dort ist alles für euch verlinkt. Und ihr findet dort auch noch ein paar Produkte von mir verlinkt von Jepoda, die ich persönlich euch empfehlen kann für genau die Jahreszeit jetzt. Beispielsweise die Maske der Double Bubble oder der The Calm Balm, der euer Make-Up komplett entfernt. Ist alles unten für euch verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Und jetzt gerne einmal zurück zu Maxim. Also schaut gerne einmal bei Jepoda vorbei. Dort findet ihr ein richtig, richtig cooles Angebot. Mit meinem Code könnt ihr 30% auf einen Einkauf sparen. Vielen Dank an Jepoda und wir schauen weiter, was es Neues in der Drogerie gibt. Auch NYX hat neue Lashes rausgebracht. Das ist ein Liner-Set und künstliche Wimpern. Ach nee, wartet mal. Es gibt verschiedene. Es gibt einmal Wimpern und ein Set mit Liner und Wimpern. Ich zeige euch hier einmal die Wimpern. Ich muss sagen, das Packaging sieht cool aus. Was ich ein bisschen schwierig finde jetzt auf den ersten Eindruck, ist die Menge an Plastik für eine kleine Wimper. Das ist so ein kompletter Beutel aus Plastik. Sieht so zumindest jetzt aus. Verfügbar in vier Styles. Es ist zwar vegan, aber boah, ist das viel. Also Wimpern sind ja nicht groß, aber so ein dicker Beutel Plastik ist schon eine Menge. Preislich ist es okay, sind so teuer wie meine aktuell. Meine habe ich jetzt auch reduziert auf, glaube ich, 10,99 Euro. 10,95 Euro ist nicht schlecht. Die NYX Lashes habe ich persönlich noch nicht ausgetestet. Aber auch der Liner, der ist ein sehr, sehr guter Liner. Und da, finde ich, ist es dann schon wieder ein bisschen gerechtfertigter, wenn da einfach noch was drin ist. Aber nur ein paar Wimpern mit so einem dicken Beutel Plastik. Naja. Dann hat Manhattan was Neues rausgebracht. Und die finde ich persönlich super, super süß. Da bin ich gespannt, ob ihr die getestet haben wollt. Die I-Mazing Five Tastic Eyeshadows. Das sind sowieso Eyeshadow Quads, aber mit fünf Farben, die sehr, 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 sehr schön sind. Also die gefallen mir tatsächlich alle sehr gut. Wir haben einen etwas rosigeren, mit einem wunderschönen, satten Samtgrünton und so eine schöne, warme Palette. Es gibt was Bunteres, es gibt was Gedeckteres. Also wirklich eine Vielzahl an Farben zu einem guten, guten Preis. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht finde ich die ja schon im Laden irgendwo. Dann besorge ich die mal. Preislich super. Die Manhattan Lidschatten sind sehr, sehr gut. Und man merkt auch, dass Manhattan eine große Veränderung bringt, auch was die Produkte angeht. Und erinnert mich so ein bisschen an diese kleinen Dior Lidschatten. Dann gibt es was Neues von Maybelline. Und zwar die Augenbrauen Mascara Tattoo Brow Fast Sculpt. Da weiß ich jetzt nicht, was der Unterschied zu den anderen ist. Es gab ja sowas, glaube ich, schon mal. Sieht aber gar nicht schlecht aus. Gibt es in verschiedenen Farben, auch hier in Braun, in Schwarz und in wahrscheinlich Super Black oder so. Beim nächsten Produkt bin ich persönlich ein bisschen überfordert, wenn ich ehrlich bin. BH Cosmetics Pinsel Set. Das wundert mich, dass da tatsächlich noch was Neues gekommen ist. Wahrscheinlich sind das wirklich jetzt die Restbestände, die abverkauft werden. BH Cosmetics gibt es so auch nicht mehr. Vielleicht haben sie aber auch eine Lösung gefunden und sie sind weiterhin in DM. Das kann ich mir persönlich aber nicht vorstellen. Aber es sind eine wunderschöne Farben. Wirklich schöne, schöne Farben. Dann gibt es hier noch einige weitere Neuheiten aus der Maybelline Green Edition Reihe. Das Puder, die Mascara und die Foundation. Die Foundation ist wirklich der letzte Husten gewesen. Ich habe sie in den letzten Tagen auch nochmal probiert. Und ich muss sagen, nee, also ich kann damit nicht umgehen. Aber was funktioniert, ist sie in eine sehr, sehr trockene Foundation zu mischen, um so ein bisschen Feuchtigkeit mit reinzukriegen. Es funktioniert nicht mit jeder Foundation. Lasst euch das gesagt sein. Aber wenn ihr eine Foundation gefunden habt, mit der es funktioniert, super. Dann gibt es von Ebelin eine neue Limited Edition. Die ist so ein bisschen in die Leo-Richtung inspiriert. Infused Make-Up Blenders. Make-Up Eier mit Vitamin E. Sieht süß aus, in spannende Formen. Tatsächlich gibt es, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, so einen eckigeren Schwamm und dann einen mit einer flachen Seite und einen klassischen Beauty-Blender-Ton. Ich weiß immer nicht so, was dieses Vitamin E-Infused bringen soll. Ob es da wirklich nachweislich etwas ändert. Ich schaue mal, was hier drin steht. Make-Up Eier mit Vitamin E besteht aus drei individuell geformten kleinen Make-Up Eiern für ein gezieltes Kaschieren von Unreinheiten. Ja, keine Ahnung, ob da was passiert. Sieht aber süß aus und Make-Up Eier kann man immer gebrauchen irgendwie, oder? Und das waren tatsächlich die Make-Up Neuheiten bei DM. Und hier ist noch eine Mascara von Sante. Von Sante habe ich persönlich auch noch nie was getestet. Vielleicht sollte ich das mal tun. Habt ihr Erfahrungen mit Sante, dann schreibt es mir gerne einmal in die Kommentare rein. Da bin ich super, super gespannt. Ich würde vorschlagen, gehüpfen wir immer nochmal schnell zu Rossmann rüber und schauen, was es da Neues gibt. Manchmal sind ja nicht alle Produkte auf derselben Webseite gleichzeitig online gestellt. Heute ist auch Sonntag. Da ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich sehe auch schon, dass hier die ersten Adventskalender gelistet sind. Sie sind zwar noch nicht zu kaufen, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich euch Adventskalender dieses Jahr zeige. Denn hier sind Shopping Queen Adventskalender. Ja, sieht spannend aus. Also Adventskalender gibt es, glaube ich, dieses Jahr wirklich in Hülle und Fülle. Die werden wir selbstverständlich testen und schauen, was es da Neues gibt. Auch For Your Beauty hat eine neue Limited Edition rausgebracht. Ein Haarband mit Blümchen, ein dreiteiliges Summer Eyes Pinsel Set und ein zweiteiliges Summer Face Pinsel Set. Die sehen sehr, sehr, sehr gut aus. Und die For Your Beauty, also die Rossmann Eigenmarke Pinsel sind auch sehr, 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 sehr gut. Ah, hier ist was Neues. Und zwar hat Maybelline die Superstay Mud Inks in einer Limited Edition rausgebracht. Die werden jetzt, glaube ich, fünf Jahre alt. Und die gibt es jetzt in einer neuen Verpackung. Der Inhalt ist aber wohl derselbe und die sind auch nur in der Filiale erhältlich, dann vermutlich auf einem Extra-Aufsteller. Sehen sehr, sehr gut aus. Ich mag die total gerne, die Superstay Mud Inks. Super Deckkraft. Sie riechen toll. Sie halten toll. Die Farben sind wunderschön und überhaupt eine große Empfehlung. Dann ist hier etwas Neues von Essence. Und das ist ein One-Two-Freeze-Primer Gel-To-Sorbet-Face-Primer. Angeblich soll man den einfrieren. Das ist verrückt. Mit dem Essence 1-2-Freeze-Gel-To-Sorbet-Face-Primer Glow Boost. Hier macht die Beauty-Routine doppelt Spaß. Denn der gelige Primer verwandelt sich nach mindestens drei Stunden im Gefrierschrank in einen Sorbet-artigen Zustand. Somit bietet er gleich zwei unterschiedliche Texturen zum Auftragen. Ein kleiner Heck. Durch die Lagerung im Eisfach bekommt der schnell einziehende Face-Primer einen kühlenden Effekt und wirkt damit abschwellend und optisch Poren minimierend. Der enthaltene Pfingstrosenextrakt sorgt und top für einen wunderschönen Glow. Das finde ich persönlich super, super spannend. Ich weiß nicht, wie praktisch es ist, etwas einzufrieren. Aber es klingt sehr, 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 sehr spannend und sieht süß aus. Vielleicht habe ich die sogar schon hier irgendwo. Ich schaue mal. Vielleicht machen wir dazu ein komplettes Video. Das ist etwas mit so Spielereien, mit so was kriegst du mich ja eigentlich immer. Das macht Spaß, sie zu benutzen. Die Sachen sehen toll aus. Es riecht gut. Und man hat Freude, das Make-up zu benutzen. Das ist ja bei der Menge, die mittlerweile rauskommt. Wobei ich auch da sagen muss, es ist in den letzten Monaten echt ein bisschen besser geworden, oder? Dass es nicht mehr so viele verschiedene Produkte rauskommen. Und dann gibt es hier auch noch einen neuen Mosaik-Puder von Physicians Formula. Und der sieht wunder, wunderschön aus. Das ist ein Bronzer-Powder mit so einem, das sieht aus wie so ein Fischschuppen-Muster, der einen natürlichen braunen Glow hinterlassen soll. Dezent im Winter, perfekte Finish, dezent im Winter und strahlend gebräunt im Sommer für einen warmen und gesunden Tag. Der sieht sehr, 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 sehr schön aus. Und das waren tatsächlich auch schon die ersten Produktneuheiten aus der Drogerie. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Produkte euch davon am meisten interessiert haben. Dann kann ich die ganzen besorgen und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Adventskalender ich testen soll. Das wird es dann vermutlich wie so ein Sonntagsvideo on top oder so geben. Muss ich mal schauen, wie ich das dann irgendwie hier unterkriege. Aber ich würde mich auf jeden Fall riesig, riesig freuen, für euch wieder Adventskalender auspacken zu dürfen. Wir sehen uns schon ganz bald hier wieder, ihr Süßen. Lasst euch auf!